Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf Trend, hier mit dabei der Mulle. Hallo. Und diesmal haben wir eine kleine Spezialfolge würde ich sagen, denn heute ist mein Geburtstag. Yay, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, heute lebt der Deutschland 20 Jahre auf diesem Gottverdammten Planeten. Alter, 20 Jahre, wie alt ich bin. Wohh, 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 wohh. Alter, da gehst du einmal kurz raus um zu gucken, wo die Spinne ist, die dir angezeigt wird. Das erste, was du siehst, ist ein Creeper. Ach so, die Spinne, die ist hier bei mir. Moment, ich knöppel die mal eben. Ähm, die ist tot. Au, die Spinne hat mich geknöppelt. LOL, da waren zwei Spinnen. Äh, ja, hier ist noch einer am Baum, Moment. Sie hat gerade meine tödliche Handkante gespürt. Was, noch ein Creeper? Nein. Alter, wir brauchen dringend die Botanien, die haben nur mit den Creeper explodieren hindert. Gab es da nicht eine? Ähm, es gab eine, fandst du die Moss-Fanheld. Sollte auch ein Creeper gelten. Ach, ja. Aber na gut. Auf jeden Fall habe ich keine Lust, alle fünf Minuten die Front zu reparieren. Ne, das ist echt so. Alter, wie weit hat der da so weggesprengt? Alter, und jetzt kommt hier noch ein Zombie an. Nein. Nein, Zombie. Nix. Böses, Wolfgang. Aus. Ja, ich will aber schon mit Wolfgang spielen. Ja, ich will aber schon mit Wolfgang spielen. Da war es natürlich ein Problem. So, ich geh nochmal... Alter, was hat der Creeper weggerissen? Jetzt mal im Ernst. Ich mein, Robber fehlt uns zwei nicht und Robber wird auch nicht, aber das ist trotzdem keine Aufforderung. Ich glaub, der Creeper sieht dort anders. Na gut, dann gibt es jetzt erstmal eine wundervolle Repertur-Folge an meinem Geburtstag. Ja. Ja. Mittlerweile kann man sich das Ding so wieder halbwegs wieder ansehen. Ja, ist doch schon mal etwas. Ähm, da hatten wir... ja, da war Erde. So. Alles klar. Gut, dann haben wir dieser Schandfleck auch schon wieder weg. Muss man nur noch unten die Erde verknoppen, aber das ist ja kein Problem. Was wir auf jeden Fall dann heute geplant hatten, diesmal haben wir sogar wirklich was geplant und ich hab gerade noch ein Loch, ihr wirst nicht so sehen. Und zwar wollen wir mal was für unsere Erd zu tun, kann man nur sagen. Und dafür wollen wir dann heute mal eine Query bauen. Ja, derbe. Okay, schauen wir uns mal an, was rauskommt, wenn wir die Query eingeben. Okay, damit hab ich jetzt echt nicht gedacht, dass es so viel ist. Es gibt die normalen Query von Beastie Factory, halt aus Iron Gear, Gold Gear, Diamond Gear, Diamond Pickaxe und Redstone. Es gibt die Enderquery, die kommt später. Ich glaub, das knüpfer dich irgendwann in deinem Livestream durch. Gott, das war ein Krampf am letzten Mal. Ja, das war's aber schon, glaub ich sicher. Es gibt ja auch andere Sachen. Enderquery Base Upgrade. Silk Touch Upgrade. Das ist... Ja, das ist awesome. Fortune Upgrade. Oh, Snap Touch für die Query. Ja. Okay. Es gibt sogar ein... Fortune 3 Upgrade. Speed Upgrade. Das sieht interessant aus. Ich glaub, da gibt es doch irgendwann nochmal eine Enderquery. Also, Fortune 3 klingt sehr interessant. Ich würd ganz ehrlich sagen, eher Silk Touch. Okay. Silk Touch, sonst kannst du später noch mehr raushauen. Seckmüll und so weiter. Okay. Na gut, dann. Weil mit Fortune 3 hast du ja nur die Wahrscheinlichkeit. Wenn du so eine Maschine schmeißt, hast du so... Na ja. 90% der Qualition... Sicher. Okay. Alter, das wird derbe weggelutscht. Ähm... Dann... Schau ich nochmal gerade. Buy a big three... Big Writing Book, okay. Dann machen wir dann mal grad einen Reactor Redstone Port. Oder? Hallo. Oh, hallo. Bist du auf der Durchreise? Jaja, bin ich hier so am Durchbauen. Jaja, viel Spaß. Ich versuch mal dann halbwegs produktiv zu werden. Ich bin produktiv. Ja, bei mir sieht's ja aus, als wäre ich produktiv. Aber ich bin das als Anderer... Aussehen, als wäre man produktiv recht vollkommen. Dann ist ja gut. Okay, auf jeden Fall... Zwei Redstone Rednet Ports. Da hatte ich mir mal irgendwie was überlegt. Das hatte ich mir mal grundlegend aufgeschrieben. Aber jetzt kommt der... Witz an der Sache. Ich hab vergessen, wo. Aber grundlegend sollte das eigentlich nicht so schwierig sein. Ich meine, das war einfach mit zwei Redstone Ports. Gut, dann deaktivieren wir den mal kurz. Redstone Port. Redstone Port. So. Okay. Toggle... Also, das war alles mit Toggle Vector On Off. Ähm... Moment. Was ist NEI gerade mal los machen? Mit Output Energy Amount. Das müsste... 80% gewesen sein. Dann lief alles fluby. Fluby. Was passiert, wenn wir uns einen Tintenfisch im Reaktor-Kühlwasser halten? Auf was für Gedanken kommst du eigentlich während des Socken? Ja, das klingt nach einer coolen Idee. Darf ich das ausprobieren? Ich glaube, generell startet der dann nicht. Naja... Langweilig. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt auch so klappt. Oh. Man sollte dann auch wahrscheinlich mal das ganze festsetzen. Äh... festsetzen. Äh... Toggle Vector. Hm? Okay. Okay. Ne, nicht doppeln. Puls. Warte mal. Hier hatte ich... So war das glaube ich. Ja. Jetzt haben wir es. Denn jetzt jedes Mal, der Reaktor läuft jetzt erstmal fährt runter. Und wenn dir jetzt hier die Energie, der Energie-Waffer unter 80% läuft, fährt er wieder hoch. So lange bis er wieder über 80% ist. Und fährt dann wieder runter. Da fahren wir minimalen Energie-Output. Töchig gut. Ja. Töchig gut. Äh... Gut. Aber wir wollten jetzt noch eine Query machen. Den habe ich gerade mal aufgestoßen. So. Query. Okay. Wir brauchen... Dicks. Haben wir. Cobblestone. Haben wir. Eisen. Gold. Dears. So weit haben wir dann schonmal alles. Wir brauchen sieben... Dears. Haben wir. Woodgear. Erstmal eine Chief mitbekommen. So. Alter wie viele ich gerade bekomme. Jetzt muss ich mal gerade nur nachschauen. Äh... Wo kommt was denn? Wegen wo ist... Wo mal? Hier. Okay. Davon brauchen wir dann... zwei. Zwei... zum... Goldgear. Und davon zwei... zum... ...Diamondgear. Also wie viele ist Chief-Manster-Zoe heute bekommen? Äh... Ich glaube mindestens 100. Auch irgendwas war das. Ja das ist doch gut. Hauptsache Getting an Upgrade. Naja die ab ich hab gekämpft gemacht. So, Krabby, fertig. Alter, jetzt soll ich mal sehen, was ich hier gerade alles abgeschlossen habe. Eine Menge, wenn ich raten müsste. Alter. Ich wollte mein Fass kommen. Okay. Ja, das ist ja nicht schlecht. So, während du dann noch weiter kaputt machst, wollen wir erstmal so schauen, dass wir dann hier erstmal so ein Loch machen und das später mit dem Filler wieder auffüllen? Wo willst du ein Loch machen? Achso, du meinst mit der Query? Ja, ja. Ja, klar. Irgendwann hab locker bald weg, hat sich die Sache. Ja, ja. Nein. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wo wir das machen können. Weißt du, was wir machen? Was? Wir haben ja erstens jetzt hier noch das Advanced Photovoltaik. Dann machen wir uns jetzt noch ein paar... Item... Ja, Fonduit. Ein Item Fondue. Oh, das klingt gut. Mhm. Aber mit Käse. Ah, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ein Item... Äh, machen wir jetzt ein paar Item Conduits. Äh, ja, da brauche ich auch noch einen Conduit Binder. Ich will jetzt noch einen Binder nennen. Okay. Oh, ich liebe die Conduits von Endaio. Es gibt nichts geileres. So, Item Conduits. Ähm. Dann nehmen wir so ein bisschen Twilight auch gut. Weil da würde ich erst mal sagen, füllen wir das noch mit Kisten. So, dann brauche ich aber noch mal ein bisschen Lapis. Das haben wir ja so wenig. Noch mal kurz vier Redstone Torches. Und dann Landmarks. Dann lege ich mich nochmal schnell schlafen. Alter, wir haben echt zu viel zu fressen. Hm. Ich lauf seit ich glaube fünf Folgen ohne Nahrung rum, weil ich zuvor bin, was zu essen. Alter, dein Ernst. Also ohne Hungerkeulen. Ja, dann muss ich zu den Truhen gehen. Dann verbaut das einen Ventarplatz. Dann muss ich den Ranz auch noch essen. Wenn ich mir, glaube ich, mal die Power Street mit Autofütterer baue, dann überlege ich es mir nochmal. Ja, dich. ... ohne Power Street mit Autofütterer mache ich hier gar nichts. Ja, der Autofütterer gibt es ja nicht mehr. Wesss? Ja. Hat das für mich gestorben? Was ist das coolste in der Power Street? Was ich mir jetzt mal kurz über erlaube. Ich porte mich mal ganz schnell hier in diese Wüste. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier einfach mal die Quarry auf. So, jetzt würde ich hoffen, dass ich das mit der Landmarks nicht verkacke. Und ich werde über Wasser aufbauen, ob sie den Kanin schaden. Stimmt. Dann lassen wir das mit der Wüste erst mal. Dann komme ich nach Hause. Dann kommen wir mit dem Alten zu Hause. Ah, ich... Ah fuck, hier können wir das ja nicht aufbauen. Wir müssen erstmal ein bisschen weiter. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Stelle finden, wo der Baum nicht zu finden ist. Ich bin mal kurz 30 Kilometer weg, ne? Naja, viel Glück. Hm, danke. Oh, jetzt sehe ich gerade die Sonne wieder. Das seltenste war gut auf der Welt. Sonne. Also ich habe sie lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ja, ich auch nicht. Alter. Denk ein paar Meter neben uns ist auch noch mal so ein Redford. Hier ist ein Bambuswald? Alter, sind wir eigentlich mal mehr... Bambuswald? Das will ich sehen. Moment, ich komme hier vorbei. Der ist quasi, wenn du aus dem Haus rausgehst, einfach weiter gerade raus. Ähm, und... Äh, ja, also... In Richtung Tür, also... Oder wie? Äh, ja. Okay. Hier ist ein Ficht, Alter. Hier sind echt keine 3 Meter rausgegangen. Mega-Tiger, what the fuck? Alter. Hier sind eigentlich völlig geile Biome um uns herum. Oh, und ich merke schon, ich bin wieder in die Mapper. Wir wollen dann... War die auch so von der Falldex gerade? Achso, oh, ich weiß nicht. Ich bin am rumfliegen. Da merkt man das nicht so sehr. Na, wo haben wir denn... Was soll denn ein Bambuswald hier sein? Ähm, Moment. Wasser, Zoom? Der ist ungefähr bei... 1300 minus 300. Ach, was? Okay. Hier sind Sumpf, das könnte man mal annehmen. Kann man eigentlich auf den Seerosenblättern Landmarks aufstellen? Landmarks? Pff, weiß nicht. Probier's aus. Nö. Hätte mich auch gewundert. Oh Gott. Na gut. Eins. Zwei. Was ist das? Tot. Ganz sicher tot. Äh, so ähnlich. Algen. Oh, fast das gleiche. Vielleicht sind das tödliche Algen. Ich hoffe, dass es jetzt auf einer Ebene sollte aber... Oh. Und dann... Ja, so passt das. So auch. Und jetzt sollte man eigentlich wirklich... Ja, das sieht gut aus. Komm, hier haben wir noch Cobblestone. Machen wir mal hier ein bisschen Lebensraum und der Tintenbücher kaputt. Der sogenannten Octopussis. Wie etwa bei James Bond oder wie? Ah, da war ja was. Haben Kessel gefunden. Oh, Boden. In der Hexenhütte. Oh, okay. Ich kann ihn zwar nicht mitnehmen, weil ich keine Spitzhacke dabei habe, aber egal. Ganz ehrlich, so Fleißen haben wir bestimmt noch. Gut. Ah, ich hab... ...Bolzensteine dabei, das muss ich... Ich bin Serben-Profi, ne? Hm, ich hab ne Quelle mir dabei. Erstmal schön neben setzen. So, Landmark haben wir eine aufgehoben, brauchen wir auch nicht wirklich. Du hast jetzt erst das erste Mal... Mann, ich hab schon mal aber... ...dingens... Achso, ja, da. Also, Charakter löschen und so. Alter! What the fuck! Ey, Sebastian? Hm? Warte ich mal ganz schnell zu mir. Äh, Moment, Moment, Moment. Weißt du, wie das Gerüst jetzt aufgebaut wird? Äh, ich komm jetzt... Der kotzt das Gerüst aus. Okay... Das sieht übelst geil aus, finde ich. Groß ist fertig. Ich wollte es gerade sehen. Okay... Item Conduit. Ähm... Ah, ne, nein. Jetzt geht das nicht, oder wie? Ja, ich wusste es. Warum? Das sieht jetzt nicht so erfolgreich aus. Ja, wir haben gerade ein Problem. Die Item Conduits gehen nicht damit. Äh, überhaupt nicht? Nein. Das ist natürlich etwas blöd. Was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten? Ähm... Ich glaube, wir müssen auf die Buildcraft Pipes gehen. Buildcraft, okay, ja gut. Wird es nur für die Quarriers? Was? Ja, du kannst ja... Ich denke mal, man kann mit den Pipes auch was Truhen raussaugen, oder? Kann man es zur Not mit den Pipes dann die Truhen leiten und dann mit den anderen weiterarbeiten? Ja, und dann geht das bloß. Das ist schon noch ein bisschen nervig jetzt. Ah? Wäre nett, wenn du das mal gerade machen könntest, weil ich habe hier gerade so eine kleine Aufgabe, das Ganze einzusammeln. Einzusammeln. Okay. Ähm... Also die Buildcraft Pipe sagst du? Ja. Wie heißen die? Ähm... Das sind einfach... Wenn du eine Pipe eingibst, hast du es sofort. Da brauchen wir eine Wundenpressport. Okay, ja. Am besten Wundenpressport. Wundenpressport. Ja, Wundenpressport. Mach einfach eine Wunde und äh... Gold. Okay. Äh... Wie viel Gold brauchst du circa? Äh... Es kommen hier, glaube ich, immer 8 draus. Also... Einmal 8 sollten reichen. Okay. Ja, komm, mach's raus. Und was machst du vom Beruf? Ja, ich bin professioneller... ähm... Meiner. Echt? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, alles was die Krawler aussaugt, fange ich auf. Ich merke schon, das Abitur bringt mich echt weiter. Oh ja. Ja, das gibt eine der schwanzendsten Folgen aller Zeiten. Weißt du was? Auch mal vergiss es. Ah, nein... Ah, nein... Vier... Komm, dann machen wir hier noch welche hin. Duf, 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 Du... Duf, Du... Duf, Du... Ja komm. Duf, Duf, Duf. Duf, Duf. Ich bin auf dem Weg Dann mach du da einfach mal weiter Ja, weil die Folge ist eigentlich schon vorbei Aber das würde ich jetzt noch mal anschließen Na gut, da port ich mich gleich zurück Also ich seh, die Sonne ist auf jeden Fall schon verschwunden Also nehm ich mal an, dass ich bereits unter dem Baum bin Alter Ich weiß nicht, aber schade ist Die Item-Kondolse nicht mit Ender I.O. funktionieren Äh, die Item-Kondolse, hm, mit der Quarry Die Beet hat aufgehört sich zu rendern Ganz ehrlich, port ich mich ganz schnell hier hin Das wird langsam ein bisschen langweilig Und ich mein nicht nur für mich, auch für die Zuschauer Ja Komm, jetzt renne dich, du Kackgebiet Äh, Quarry? Safe? Ah, ich glaub, das hat sich jetzt erledigt von selbst Oh, weil? Quarry ist out of Saft Wow, gut, wird Nacht Ja Ich selber dich hier nur ein bisschen Ach Gott, also bei mir läuft grad irgendwie gar nichts Ja, okay, dann machen wir das jetzt gleich Halt ausgewählen Ja Okay, dann kommt dann grad nicht anders Und ich bin dann jetzt schon mal die Folge Wenn euch die Folge gefallen hab, gebt einen Daumen nach oben Wenn nicht, Anmerkung, Kritik Alles in die Kommentare Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, tschüss Toh